Yo, moin Leute, ich wollte euch mal kurz ein Fix zeigen für das Mousemoving in Marauders. Denn wer angefangen hat das Spiel zu spielen, wird ziemlich schnell gemerkt haben, dass Mousemoving aktiv ist, was sich nicht geil anfühlt, was sich sehr schlecht aimen lässt und noch dazu ist es nicht auf einer Achse, äh, ist es nicht auf beiden Achsen, auf X und Y, sondern nur auf einer. So, ganz einfach, ich zeig euch das schnell, ihr geht in euren App-Data-Ordner, geht in eure Suche, %App-Data-Prozent, Enter. So, dann kommt ihr dort an. Dann müsst ihr eigentlich bloß auf App-Data klicken, geht auf Local, scrollt runter und sucht den Raid-Game-Ordner. Den haben wir hier. Saved, Config, Windows-Now Editor und dann geht ihr auf die Engine.ini-Datei. Dann müsst ihr bloß das hier unten hinzufügen. Ich kopiere euch das raus, packe euch das mit in die Videobeschreibung und ihr seid good to go. Was ich euch noch als Tipp geben kann, äh, ist einfach bloß am besten Motion Blur ausmachen, Housing ausmachen und ihr könnt abgehen. Viel Spaß damit. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.